Hi, ich bin der Kai und heute gibt es wieder eine neue Folge von 5 Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene. Natürlich habe ich dir wie immer die Themen unten in der Videobeschreibung verlinkt, so dass du direkt zu den Themen springen kannst, die dich interessieren. Und jetzt lass uns direkt reingehen in den ersten Tipp. Ich habe hier mal einen SPS-Eingang mit einem Funktionstext. Und was du ja bei dem SPS-Eingang machen musst, damit du den Funktionstext auch hier am Eingang hast, ist, den genau hier drunter platzieren. Platzierst du diesen ein bisschen zu weit links und aktualisierst hier einmal, ist der Funktionstext weg. Wenn du ihn wieder drunter platzierst, dann ist er wieder da. Und das Ganze kann natürlich auch ein bisschen störend sein. Und dazu gibt es in ePlan einen extra Parameter. Dafür gehen wir einmal in die Einstellungen, gehen hier auf unser Projekt, auf unser Projekt, grafische Bearbeitung. Allgemein. Und hier gibt es den Parameter Fahrtfunktionstext auf den Schaltplan-Pfad erweitern. Diesen klicken wir mal an und mit Übernehmen und OK aktivieren wir diesen jetzt mal. Und wenn ich jetzt meinen Funktionstext hier ein bisschen weiter nach links schiebe und das Ganze wieder aktualisiere, bleibt das Ganze bestehen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen rauscrolle, siehst du, dass dieser SPS-Eingang im Pfad 2 liegt, schiebe ich jetzt natürlich meinen Pfadfunktionstext in den Pfad 1 und aktualisiere dann nochmal, ist der Funktionstext am Eingang auch wieder weg. Also dieser muss genau hier im Pfad irgendwo zusammen mit dem SPS-Eingang liegen. Und wird dann automatisch angezeigt. Sicherlich nutzt du in deinen Projekten auch jede Menge Auswertung. Dazu gehst du einfach auf Erzeugen und erzeugst du zum Beispiel hier eine Vorlage. Wir möchten jetzt mal einen Kabelplan als Vorlage erzeugen. Dann nehmen wir hier den Kabelplan und sagen OK. Ein Filter setze ich jetzt hier nicht und möchte das Ganze zum Beispiel hier unter EMB2 einsortieren und klicke auf OK. Wenn ich diesen jetzt auswerte, siehst du schon, dass es jede Menge Auswertungen sind. Und wenn ich jetzt hier auf den Reiter Auswerten gehe und möchte direkt einmal schauen, wie der Kabelplan denn in meinem Schaltplan aussieht, muss ich jetzt nicht erst das Ganze schließen und dann hier im Seitennavigator suchen, wo E-Plan das Ganze einsortiert hat, sondern ich kann direkt hier mein Kabelplan öffnen und zum Beispiel hier die erste Auswertungsseite mit rechter Maustaste Seite öffnen direkt öffnen. So sparst du dir dann die Zeit, dass du deine Auswertung erst einmal schließt und dann hier im Seitennavigator danach suchen musst. Wie du hier im Seitennavigator siehst, habe ich momentan zwei Projekte auf. Vielleicht arbeitest du ja auch regelmäßig mit mehreren Projekten in E-Plan und hast so ein bisschen das Problem, dass du hier schon mal schnell die Übersicht verlierst. Und da gibt es in E-Plan eine einfache Möglichkeit, das Ganze optisch ein bisschen voneinander zu differenzieren. Dazu gehen wir jetzt nochmal in die Einstellungen und müssen als erstes mal eine Benutzereinstellung ändern. Und zwar hier unter Benutzer, Darstellung, Projektgruppen, Definition kannst du hier sogenannte Projektgruppen definieren. Zwei Stück sind schon vorgegeben, diese kannst du auch nicht verändern und kannst hier hinten dann die Farbe aktivieren. Wir können auch noch drei weitere eigene Projektgruppen hier vergeben. Ich nenne dir jetzt einfach mal mein Projekt 1 und Kopiervorlage und aktiviere auch hier die Farben. Du kannst natürlich hier über den 3-Punkte-Knopf die Farben beliebig ändern, so wie du das Ganze am besten handhaben kannst. Vielleicht hast du ja eine Rot-Grün-Schwäche, dann würde ich dir diese beiden Farben jetzt natürlich nicht empfehlen. Als nächstes müssen wir dann natürlich unser Projekt, diese Projektgruppe zuweisen. Dafür gehen wir einmal hier in unser Projekt, unter Darstellung und Projektgruppe zuordnen und wählen jetzt zum Beispiel dieses Projekt hier mal, der Projektgruppe 3 zu und mein anderes Projekt wähle ich jetzt der Projektgruppe 4 zu. Das Ganze mit Übernehmen und OK. Und jetzt siehst du hier schön im Seitennavigator, dass die beiden Projekte farblich unterschieden sind. Wenn ich jetzt hier das Ganze auch aufklappe, dann siehst du, vielleicht auch hier bei YouTube nicht ganz so gut, auch, dass das Ganze jetzt hier einen grünen Rand hat. Wenn ich eine Seite aus dem anderen Projekt öffne, dann siehst du, dass dieses Projekt jetzt einen roten Rand hat. Und so kannst du dir optisch ein bisschen deutlicher machen, in welchem Projekt du dich gerade befindest. Vielleicht kennst du ja die Situation, dass ein Kunde dir eine E-Mail schreibt oder eine andere Office-Vorlage gibt, wo du zum Beispiel Texte in deinem Normblatt ändern sollst. Oder vielleicht hat auch dein Programmierer eine Idee, dass dieser Text hier anders heißen soll und schickt dir das per E-Mail. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal ein Word-Dokument, wo mir ein Kunde schreibt, dass ich doch bitte statt der Projektnummer in meinem Normblatt jetzt Kundennummer nutzen soll. Wenn wir jetzt hier auf die Projektnummer gehen, würden wir wahrscheinlich normalerweise das Wort hier markieren und dann über Kopieren und über Einfügen hier einfügen. Ein kleinen Ticken schneller geht es aber, wenn du in deiner Office-Anwendung das Wort einfach markierst und dann per Drag & Drop hier rüber ziehst. Dann hast du es ebenfalls hier in deinem Feld. Das kann doch jede Menge Zeit sparen, speziell dann, wenn dein Kunde ziemlich viele Anforderungen hat und du diese alle einfügen musst. Ich habe hier mal einen kleinen 2D-Schaltschrankaufbau. Das ist jetzt eine nackige Tür, ohne irgendwelche Bauteile drin. Und vielleicht kennst du ja auch das Problem, dass du öfter mal die Mitte zwischen zwei Punkten suchst. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir möchten jetzt hier die Mitte der Höhe der Tür finden. Dann gehen wir einfach mal auf Einfügen und fügen hier eine lineare Bemaßung ein. Und jetzt drücken wir, bevor wir den ersten Punkt anklicken, die Steuerungstaste und lassen diese mal gedrückt. Wir messen also jetzt mal von diesem Punkt hier und du siehst schon, dass wir jetzt eine grüne Linie an unserem Cursor haben. Und wie gesagt, lassen die Steuerungstaste gedrückt und markieren den zweiten Punkt. Und was E-Plan jetzt macht, ist, dass die Bemaßung jetzt genau dort anfängt, wo die Mitte zwischen diesen zwei markierten Punkten liegt. Und so kannst du dann zum Beispiel wieder zurückmessen. Da musst du natürlich jetzt die Steuerungstaste wieder loslassen und hast so die Mitte zwischen diesen zwei Punkten. Möchtest du jetzt auch die Mitte von der Mitte wieder wissen, markierst du einfach diesen Punkt hier und diesen Punkt mit der gedrückten Steuerungstaste und hast auch jetzt diesen Abstand. Das Ganze funktioniert übrigens auch in ProPanel. Das war es dann auch wieder mit 5 Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene. Kannst du schon alle Tipps oder hast du vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks, die du in deiner täglichen Arbeit benutzt und die ich gern mal hier auf meinem Kanal zeigen sollte? Dann schreib sie doch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn ja, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Gerne schau dir auch mal die Möglichkeiten der Mitgliedschaft auf meinem Kanal an. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal.